Vielen Dank. Und wenn ich den Tab mute, dann ist es ja egal, oder? Normal ja. Also unten steht auch ein Zuschauer. Keine Ahnung, bei mir sitzt es noch ein, noch null. Schauen wir mal, was das jetzt wird. Oh! 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 ich kann es vielleicht schon anzahlt ihr alle so leise ich konzentriere mich gerade ja das ist doch normal bei dir sagt der Bayer ja aber heute bin ich nur unterzahlen ja definitiv ja wir sind 3 zu 1 ja Leute wo wollt ihr hin ich wollte mal was ganz freches probieren wir werden mal in Promenade hinten mal wieder Promenade kann man gerne machen kennt ihr die da diese Zeitdinger ich hab letztens auch hatten wir haben wir auch gespielt hatten wir auch haben wir auch das so gemacht einer hat ganz schnell so ein Zeitding geholt der Rest ist erst mal direkt zum Shop gefahren der markiert war haben alle erst mal Self-Revive for free gekriegt ja lohnt sich halt am Anfang nichts vor keine Kohle kriegst dafür oder so gut wie keine Kohle ja gut für die Abschluss der Mission kriegst ja trotzdem Kohle ja ein Tausender ja aber hast schon Self-Revive alle Mann ja wenn du es umrechnest ja auch 4-5 pro Nase was sagen da hab ich doch lieber Geist im Anfang bin auch raus ja machen wir erst mal Promenade also einer ist so weit oben wie ich ist jetzt bei mir jetzt keiner ich hab den ersten schon zum abdrehen gebracht indem ich ihn wieder gebrochen hab da ist einer bei grün fliegt einer hin seht ihr den ja dann fliege ich zu lila direkt hinter dir ja der ist da rein der holt sich die Mission bei grün oder wo bei lila bei grün wiederhole ich jetzt okay ich komm dich holen ich komm dich holen war da macht das das war ein selbener zu hoch dem Fall schon gezogen ich bin der Schatzdachsteiger gerechnet eine Kiste nix da deswegen bin ich hier rüber ey ich kann ich muss dich erst holen weil du so scheiße dass ich die Kiste nicht aufmachen kann dein grün war die andere Mission gewesen ne ja wow da ist auch ein Auto hingefahren also mindestens zwei sind da die sind bei mir hier drin in dem Haus ich hoffe ich hau hier ab hier raus vor mir einer ist K.O. und ich bin auch K.O. ich bin gleich da ich bin da ich bin auch Scheißfeuer hier lagen dreimal ich hab sie alle erschlagen hast du einen Kilder für bekommen das ist doch schon wieder eine Frechheit die haben sie verohrungesetzt das ist mir doch egal bin ich hier schon abstaube Urlaub geworden nicht mal dran ja ich war ja direkt dran ok zur Kiste Panzerungskiste gefunden sehr schön mitnehmen hey 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 hast du gewonnen ich bin noch nicht mal dran ich hab's in Not genug Cash ich kann nicht kaufen ja ihr habt auch genügend für den Lootjob das ist schon sehr schön wollen wir hinten da hinten gehen an die Häuser looten oder wo wollt ihr hin ich will erstmal mein Zeug wieder wo ich gerade gestorben habe ja ja genau da bin ich gestorben da liegt ein guter Sniper hier über jetzt bin ich dran da Bachofer abgewangen vor allem beim Shop ist gerade ein Auto angehalten bei welchem den ich markiert habe das Auto ja dann lass uns zu einem anderen Shop gehen dann gehen wir hier unten zu denen ja wieso die haben doch Cash ja gut gehen wir woanders hin gehen wir woanders hin jetzt lass erstmal Philips sein Zeug einsammeln hier wenn wir einen Lootjob gleich holen brauche ich kein Zeug eben sag mir wohin dann fliegt er hin da hinten zu dem ja 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 genau ich lauf zum Shop ich dropp da einfach oder ich dropp hier auf dem Weg schon die Cola in meiner Mutter im Kauf lass liegen ich nehm's Wunder soll ich zünden hier direkt nicht in dem Haus natürlich sondern davor werfen wie siehts bei euch aus mit Platten wir hätten jetzt hier die Rüstungskäste genommen wie siehts auf euch mit Platten bisschen Leip eine Vorrat ich hab noch drei hehehe man sieht sie durch die Kante hinten laufen ja das dachte ich mir schon dass man ja sie sieht äh will mir noch jemand 300 droppen dann hol ich mein Zeug revive weil ich bin jeder Idiot der immer drauf geht heute ne ne nur heute wir können noch eine Drohne oder noch Zeug revive holen Julian hier direkt das äh ich krieg ne Drohne ja mach das ok ich hab die Plattenkiste Paul ja alles gut ich hätte auch nichts dagegen wenn du sie schmeißt also von dem her ne lass das nochmal looten ich bin voll lass ich hab auch schon drei ich hab auch noch ich kann noch sieben aufheben ich höre hier noch ne Kiste ne für eine brauchst du Platten eine habe ich das vielleicht erstmal ja zwei liegen ich denke hier sind nicht so viele hin deswegen könnten wir noch looten und dann später Knopf wird dann eh lieber dann die Plattenkiste genau die wo wir gerade bauen oder ne das ist die weiter hinten ich hole das Auto dann nehme ich euch mit und ich lauf schon mal in die Richtung ich übernehme das Feuer ich hoffe er hätte ich da wenns ist Hi Gerd Hi Gerd Paul kannst du auch im Discord kommen wenn du willst und tschüss und tschüss ja dann fahr nein jetzt komm her auf bist du hier mit dem Auto da sind jetzt sind wir an der Station ja ich muss ja wieder auf Paul warten der noch drei Stunden im Haus kommt du hättest einfach chillen sollen Julian Julian ja schweif bei warte warte ich bin noch nicht drin äh steht auch drauf passt auch ja ich wollte ein Trophy drauf schmissen deswegen denn ja das ja der das ist Hier ist noch eine Kiste drin. So faul ist Sau wert. Siehst du, Bastian? Wie läuft der Umbau? Ich lege dir auf dem Dach, ne? Wo könnte eine sein? Oh, komm wieder hoch. Ihr könnt das Auto mitbringen. Ja, mach ich. Ich weiß nicht, ob ihr aufs Dach kommt. Musst du nicht, du kannst von innen nennen. Du kannst von innen nennen. Von unten drunter, ja. Ich dachte, es ist die Woche schon muss. War gut. Oh, das ist ja nice. Wie sieht's plantentechnisch aus? Habt ihr alle genug? Ja. Ich hab sieben. Zwei. Dann hier, komm. Bleibt nicht jetzt verliegt. Okay. Jetzt hab ich acht. Ich auch. Acht. Ach so, wir hatten ja schon einen Drop. Wir müssen aber gleich in die Zone. Das wird so eine eklige Downtown Stadion Endzone. So eine richtig eklige. Lass uns doch mal schon los. Ja, guck mal, ob auf dem Weg vielleicht noch irgendwo eine Zone Mission ist. Weil ich hätte... Nein, ist nichts. Nichts. Erst mitten in den Downtown sind fünf, sechs Stück. Wir hätten auch das Auto nehmen können. Ich hab's extra hergeholt. Ja. Ja, aber dann malst du dir auch gleich eine Zielscheibe auf dem Kopf. Hier, vor uns gibt's noch Muni in der Polizei, wenn ihr wollt. Oh ja. Ja, wäre nicht schlecht. Sniper. Ja. Der Abschluss, was wir da haben. Ja. So sieht's nämlich bei mir auch aus. Naja. Blauen aber auf. Ich höre ich auch zu uns geben. So, jetzt hab ich zumindest 40. 29. 32. Bisschen Happier, wenn jemand braucht. Wollen wir hier die Jagdmission noch mitnehmen? Ach. Wollen wir an. Wartet nicht. Das heißt, wenn wir so nicht machen, wissen wir wo jemand ist. Ey, die ist in... Ich würde sogar fast auf den Weg legen. Die ist überfordert. Ich weiß auf welchen... Die laufen, oder? Ja, die... Alter, ist der schnell. Ah, die gehen nach Downtown rein. Richten über Hospital nach Downtown rein. Würde ich auch. Hm. Wer so jetzt? Wolltest du jagen, oder? Ach, der geht zum Hospital auf den Heli wahrscheinlich. Ah, nein, nein. Das macht keinen Sinn. Oder hat einer Raketenwerfer dabei? Nein. Nein, nein. Na gut, dann. Pfff. Ich erwarte nicht den Sniper und Dipbrunen. Die haben auch nicht vom Himmel. Ich habe auch die HDR diesmal genommen. Tatsächlicherweise. Oh, oder so geht's. Oder so geht's. Haha. So kriegen wir auch noch 1,8. Also. Oh, war nicht schlecht. Werd ich ja behaupten. Alter. Herr Alokazi, Alter. Krass. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin auf dem Dach oben. Es klettert einer hoch. Der geht zum Heli. Wo? Bei Piki's Hospital ist die Leiter gerade hoch. K.O. Oh, ich spiel doch wieder HDR. Ha, ist das schön. Da ist noch einer, geht jetzt noch einer in die Leiter hoch. Auch K.O. ausgeschaltet, eliminiert. Einer an der Leiter. Einer ist unten und einer am Hebel. Ja. Will er vielleicht nochmal da hoch gucken? Ich gehe. Ah, der geht nicht. Der wird die Leiter nicht versuchen hochzugehen. Doch, auf der anderen Seite steht er. Shitbreak. Wie weit ist das überhaupt bis dahin? Ich... Links sind 340 Meter. Ich habe direkt auf ihn gezielt. Okay. Hast du auch die HDR, gell? Ja. Doppelzoom. Ja, so wie ich. Haben die eine Grafik rumgestellt oder warum ist die heute so scheiße? Links am Marker sieht man als einen laufen. Ja. Ist gesprungen. Rechts runter ist er. Ja. Naja. Der andere will jetzt auffängen. Oh, das ist überlebt. Der ist eliminiert. Der hat sich... Der hat jetzt gestorben. Der ist runtergesprungen. Heli. Der hängt am Heli. Shit, aber das war es auch. ja komm dass nun nie verschwindung ab jetzt das macht keinen sinn ja natürlich bleibe ich an der laterne hängen also ist nicht an der laterne und geht vielleicht noch mal einkaufen wir hier ist gerade was ich habe 5000 auf dem stück von der rote küsse ich habe 45 übrig ich habe eine drohne noch habe ich noch ja dann gibt immer auf gibt mir 500 dann hole ich auch noch eine normale 13 können wir machen also wenn wir gar nichts vor uns wir können schön nach downturn rein rufen erst mal los das echt heftig was schon da ist alle zu sehen richtig heftig das heißt aber hier unten downtown in der mitte so ist eigentlich da keiner da hilft ja doch kein geist und nix mehr also du siehst sie trotzdem mal wieder die acht mission annehmen wollen wir auf das wollen dann hätten man guten überblick weil aktuell ist da keine so ist da noch niemand wenn das schon so eine eklige downtown end map wird dann hätte ich zumindest gerne ja eben alles in zwei seile und du kannst dich halt nicht mal zu zweit hochziehen das ist schon lächerlich so oben ja ja ich komme direkt begrüßungsmine hier liegt ein schild falls jemand will wenn auch oben auch auf dem weg ein bisschen vor gedrangelt wie geht es nicht weiter hier man kann auch so hoch laufen da ja ja also du hoch kommst du aber ja ich hab noch zwei zwischen ebene ich habe noch zwei genau so ja das frage ich mir auch das sah aus wie ein kopf also habe ich drauf geschossen immer mal kinder vor das was auch sind ja bei türkis auf dem dach zwei strecken drei hatte ich satz im cluster drauf und ab zur stadt fernkämpfer und noch einer ja das schon zwei weniger lang die auch drauf geblieben sind der einer steht an der tür einer ist rausgelaufen zwei sind raus das hat sich verloren diesmal war das einer von euch mit der tür ja das war ich das war ich das war ich okay müssen echt gleich richtig weit ich sag's noch einer k.o. das der mittelpunkt der zone ist da an der ecke dann mal gleich los ja ja wenn ihr wollt wir können doch kurz bei der fahne wenn wir alle vier auf die fahne rennen hier über die fahne oder fahne ja das könnten auch machen lass ganz kurz in die fahne ja so eine version zuerst fertig machen und dann weiter ja weil wenn wir da alle vier jetzt drauf gehen dann müssten es relativ gut gehen hört noch einer eine drohne zufällig nein wir kriegen gleich noch mal geld dann können wir unterwegs nochmal holen wo denn wir hin ja richtung zone ach du scheiße das wird eine hässliche downtown stadium zone gibt es noch einen heli gibt es noch einen heli ne ja gibt es noch nicht ne gibt es keinen mehr habe ich gerade geguckt das hier war auf meiner markierung ist an dem plant vor uns direkt vor uns lkw kommt neben uns neben uns hier ich bin kurz auf k ne monstern hat mich gefinisht hinter gelben truck ne noch weiter hat mich auch hinter dem weißen bauer gib mal rauf rennen 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 hat jemand den nächsten shop hat jemand den nächsten shop hat jemand den nächsten shop ist keine männerzone äh doch hier da rennen naja längstens ne wollen wir durchziehen bis zum shop rennt durch rennt weil wir haben beide genug können wir beide wiederholen oh da wird aber oft gekämpft ne hast du den schuss gerade gesehen ja hab ich warte mal warte mal ganz kurz wenn wir sie holen wollen dann müssen wir sie jetzt machen vor uns irgendwo da drin sind auch welche egal egal jetzt schnell durch kannst du auch alleine versuchen das ist egal bin dann durchrennen wenn ihr das machen wollt ansonsten macht das alleine hallo lucia ich komm hier wieder mal nicht rüber alter was stellst du dich zu sagen ich bin nicht rüber gekommen keine ahnung gar nicht jan bist du wieder da ja ich bin wieder da schenken wir beide direkt wieder drin 50 meter bis zum shop ich habe genug kreativ für euch beide auo ich werde beschossen bei welchem sniper andere ganz los von mir ok ist der hat doch da kommt noch einer die kann gleich vielleicht runter die standen direkt vom shop ich bin genau in drei reihen gelaufen den einen habe ich gedauert und dann bin ich zurück gelaufen dann kam der andere zu dir ja gesundheit wir müssen auf der pummelparty spielen haben wir zuschauer wir müssen auf der pummelparty hast du meine werfe gesehen ja das wird die zone hinten noch mal promenade ja so weit weg wieder ist doch egal kann man doch einfach der autosprüh hochfahren dann schnellstmöglich schauen dass wir kohle kriegen lucha bund und uns dann bunkern wir dich mal behaupten so wie immer halt können auch darüber gehen muskelkater von gestern ist es der wahnsinn ein bisschen stand-up paddeln bisschen bisschen und gesten im morgens alternativen vormittags irgendwann der sagt vielleicht heute mit sag dir bescheid wie gesagt wir fahren aber auch noch kurz zum waurig muss die woche nur dringend zum bus auf vordermann bringen für den urlaub ja was muss denn da alles machen erst mal komplett sauber machen ausräumen alles was wir brauchen einräumen noch einkaufen für essen dann wäre es auch interessant der ist gebrochen ich gehe zum ersten unter mir ist einer zwei Leute sind unter dir ich sehe es die gehen zum anderen ja die eine ist schon angenommen von uns ich meine die bei der blauen Markierung die bin ich der gibt es äh doch das magst du sehr schön gar nicht genommen hat wundert mich ich nehme erst mal die rote kiste ist nicht recht ist doch wenn er eine rote kiste mit sagt das nicht wir könnten da vorne noch schon kaufen ist noch eine rote kiste dann wir haben genug geld wir kommen davon schon holen wir sind da hinten über der julian doch ganz alleine bei mir in der frei wäre es auf jeden fall ein aufklärungsgerät weil wir die abfangen wollen ich würde fast ja so wenn du da jetzt vorbeiläufst in der da ist eine aufklärungsmission von jemanden abend drin die sind oben drin wir haben sie noch nicht an die haben sie noch nicht angenommen die ist oben im ersten stock da steht auf jeden fall das gerät da sind sie hat jetzt hat mich angeguckt hat hat noch mehr jetzt liegt da hinten hinter auf lila hinter dem dicken kleiner einer station ist und ich versuche irgendwer zu kommen an meiner markierung gesagt eine von dem typ ist es tot nicht dass sie auch so weit auseinander sind hat der knoch verbrochen einer müsste dahinten noch sein bei blauer markierung blau lila haben klarte mal nach ab nichts die tone kommt schon wir müssen leider laufen wir könnten hier in die kaufstation versuchen lauf mal hinter mir dann werfen die eine blatte hin also das heißt wir haben auf jeden fall noch definitiv einen im nacken ja hat noch eine lmg-monie ja ich hatte gar nichts wir haben ja gerade einmal 10 fast ich habe jetzt 200 joss ja ich habe 100 jetzt im magazin aber noch 7 reserve ja dann liegt noch eins ich nehme die noch mal mit wäre sogar an der kaufstation fast direkt jungs ja dann würde ich auch machen da habt ihr gerade mal 3000 dollar liegen ich habe 6 4 ich hatte gerade 4 7 jetzt habe ich 8 hast nicht looten denn das lag auf dem weg würde ich jetzt auch sagen ich bin ja drüber gestolpert das ist ja im shop oder einer vor uns einer vor uns hier drin eliminiert nachladen kein team oder nein einer war mindestens noch am shop er ist bei mir der ist bei mir im haus und finischt mich der sitzt oben in dem haus auf dem balken ja gut oben war uns wichtig naja ich stehe direkt über mir shipback einer ist ko einer eliminiert kein weib einer ist raus team ausgelöscht könnt ihr mich gerade wieder kaufen bitte ich kann es nicht weil ich nicht für den kohle habe ja warte macht ihr müsst ihr noch nicht fertig nicht fertig machen wo ist der shop wo ist der fucking shop da jetzt ich habe meine gasmaske mitgenommen danke wo ist der da hinten im weißen haus 160 irgendwo ich habe noch zwei runden im gulag der ist in der hütte der ist in der hütte der ist in der hütte jetzt auch nicht schlecht also heute läuft es gar nicht gerade jetzt wurden wir mal richtig gehandelt gerade ich glaube ich bin dran jetzt rechts bei sich mitte rechts von dir jetzt mitte der läuft rum vor dir jetzt links links von dir links von dir alter der hat dich gesehen gehabt er wusste es er hat es schon abgeguckt ich habe auch gewonnen ich geh zu hausen was du bestimmen ja aufpassen es sind hausen leute außen rum ja da war gerade noch einer der ist über die mauer drüber da liegt noch noch einer julian ja ja vielleicht auf seiner leiche siegen waren zwei jetzt gesehen ja schon das lmg geht ja richtig ab schon ja ja alter leise richtig geld jetzt garantiert da liegt noch geld in der kiste lag da noch markiert man schon ist schon ja oder besser guck mal links da müsste auch noch geld liegen ja der toppt gerade einer geht zum anderen mach ihn dann mach ihn dann das gas kommt schon ja 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 das läuft überhaupt nicht Oh lol, die Platte war nicht mehr fertig drin. Nö. Ja. Im Touchport funktioniert echt gut, wenn du eine Findung herkriegst. Würde ich dir auch empfehlen. Kannst du eine kostenlose Version theoretisch nehmen, John. Was ist das? muss doch versuchen oder die außerhalb einfach erst rausgehen können wir nicht diese runden im moment laufen bei uns gar nicht schlecht sind sie gar nicht immer den 15 ist auch in ordnung eigentlich wenn man immer irgendwie blöd weggeholt er geht auf jeden fall wir gehen aufs dach da hinter dir läuft schon einer keine munition mehr gab also zwei sind von den ko einer liegt einer ist bei dem noch oben bin bei der mission noch mittendrin und ich gehe wieder unten rein bei der kistenmission unten an würde ich sagen ja nehmen doch die brunnen mit die da liegt ist top die waffe ist gut ich habe mich noch nicht gesehen gewann live ping ist über euch wo ist diese mission wahrscheinlich bei dir auf dem dach auf dem kurzen schossen ach jan hör doch auch mit dem scheiß ich war das nett natürlich da bin ich das oh da steht einer direkt ich bin fast down philip wo bist du ja ja ich bin da auch down es läuft so gar nicht ich sagst du an philipp links an zu spawnen und zielt mitte jetzt rechts und zielt mitte geht mittig durch links alter kurz weg ach ich bin der wetzerin aktuell ja Wenn du die Mission habt, dann kannst du schon mindestens einen holen, nicht so mal auf die Dach. Warte noch kurz, bis ich cool ab. Nee, ist nicht die letzte, du kannst es nur einen. Okay, jetzt kannst du machen. Wenn du vielleicht noch 800 auf dem Weg findest, wäre irgendwo... Ja, schon da, aber nicht ewig dafür jetzt. Nee, schon alles. Schon. Weiß einer, wie viel Geld er hatte? Ich hatte so... Kaum, ja, sag ich mir. Lass mir den Rest droppen, ich hol gleich den nächsten, ich hab 2-2. Steht direkt dran. Da liegt, da steht nix. Schön. Guck dich hier nochmal, weiß nicht, ich find's noch. Aber Julian ist nicht da, der wird jetzt einfach aufschlagen, gell? Wieso? Der hat doch gesagt, der ist einfach. Zieh, Fallschirm Julian. Oh. Habt ihr mich gekauft, oder was? Ja, geht zum Shop, geht zum Shop. Hier ist gleich ein Shop. Ich bring dir die Kohle, ich bring dir die Kohle. Leg dir den Shop. Gut, dass ihr mich halt einfach kauft, wenn ich sagt, dass ich kurz weg bin. Das war so leise, dass es fast keiner gehört hat. Ich hab's nicht gehört und dann hab ich... Ja, es hat jemand einen Notjob geholt. Ja, das war grad knapp, ey. Wieso? Einmal ziehst du automatisch. Nein. Ja, bestimmt. Doch. Doch, wenn du's eingestellt hast. Ja, ich hab's eingestellt. So, weiter weg, hier. Irgendwo in die Zone, weiter. In der Polizei stationale werden jemand einen Notjob geholt. Da hin? Sag mir, wo ich hinfliegen soll. Ja, egal, wo hin. Ich komm erst mal. Ich bleibe in der Luft und 10 Sekunden ist sowieso ein Notjob da. Jetzt bin ich schon unten. Ich muss mal ein ganzes Loadout ändern, dass ich die Sachen wieder in der Lage habe. richtigen Stelle habe. Da sind wir nie. Hat wer ein Stummgewehrmagazin, maybe? 1. Nein, leider nicht. Marker? Nicht. 1 kann ich dir troppen. Naja. Wer drüber? Ja. Geben wir auf den Todessügel. Ja, das ist eher unser Hass-Pierreise. Wurde grad auf uns geschossen. Ich hab nichts mit dir. Gar nicht nach oben und dann sterben wir. Nein, ich hab nicht geschossen. Hat jemand Sniper-Magnition? Nö. Nö. Fünf Schuss in meiner Waffe. Ja, so will ich. Acht Schuss in meiner Waffe. Ne, fünf. Entschuldigung. Fünf. HDR oder? HDR. Also ein bisschen Loot wär schon nice. Ich spiel immer das, wo ich grad merke, dass was reingeht. K treff ich heute nicht. HDR treff ich. Also spiel ich heute HDR. Ja. War was. Jeder hat was. An sich was drauf hat, war der, die heißen, Pflaster, der wirklich reingehauen hat. Auch mehr Glück als Verstand. Scheiß Mist. Ist schon deprimierend, wenn die Kill-Serie mehr Kills machst als du. Kannst du uns um den Helio auch schnappen. Fahrrufer, wenn jemand will. Im Hospital sind welche drin. Ich zieh mich grad hoch, ich hoffe, da ist keiner. Ja, schön, davor steht einer. Ich bin da und da stehen drei Mann davor, Philipp. Du bekommst gleich Besuch. Wo denn? Die ziehen sich gleich hoch. Äh, nicht bei mir, da gibt's mehrere, oder? Doch, die ziehen sich gerade bei dir hoch. Da ist noch einer. Da war noch ein dritter, gell? Ja. Auch immer der hat's, ja. Fuck. Dafür hatte ich zu wenig Schuss. Ja, das ist der Plan. Ich kann mit einem schon zurückholen. Ihr könntet auch beide hochfahren, dann könnt ihr dann killen. Die sind hier irgendwo drin, ich hab grad eine Tür geholt, aber. Die sind oben. Ah. Sollen wir jetzt einfach zur Mission gehen? Und einen könnt ihr da schon holen von uns. Ja. Weil, wo ist denn hier der nächste Shop? Markiert. Gib mir dein Geld, ich lauf, du gehst hin. Wenn er dann die Mission für den macht, könnte man die Kohle für den nächsten wahrscheinlich schon. Die sind da ausgestiegen, gell, Julian? Aha. Die sind wahrscheinlich darüber zum Shop. Ja. Die haben hier auch nämlich Kartenhund drauf geholt. Naurin. Ich hab's noch Geld. Über, oben am, hast du das gesehen? Na ja. Der ist gesprungen. Ne, der läuft da. Da kann ich nix machen. Auf, komm nochmal an die Ecke. Es läuft halt einfach nix, es geht auch nix rein. Da geht's. Oh. Da geht's. Da geht's. Da geht's. hier an den vorbei du hast nicht genug geld für irgendwas ja ich kann aber auch nicht bleiben wir kannst uns vergessen auch wenn es anders schafft es schafft es aber nicht in vier ja die habe ich ganz vergessen da oben war einer auf dem dach links von dir nach dem anderen haus da drüben da war auch immer drauf ja da ich habe eine platte drinnen ja mal bei der königsmission schlechter als die ganze zeit kann es auch nicht laufen das wäre jetzt richtig was wenn du dich hier verpunkern wird schmerzt du vorne deine auch hier an der kante hast du noch ein bisschen luft dass du wenn die granate kommt noch was ja tut's was ist einfach hingestartet nicht kommt schon was was ja Das ist nichts zu machen. eine runde noch mehr nicht dann gehe ich auch lang ich wollte gerade sagen es ist auch eine hektarren ist also paul kann dann verdammt man hier komplett klima einbauen von oben bis unten der hat zeigt uns vogel das mit ansage spaß eine giftgelbe waffe hat rechtlich haule mich mit wäre das auch daran schau zu jetzt ich bin aus ich dachte schon ich bin raus tschüss mitten am anfang der runde so einfach so einfach so frau kolt tschüss ich würde sagen wir gehen Kein Ernst, aber können wir gerne versuchen. Wohin? Eins war ein Spaß. Ostenpromenade. Ja, was von der fünften? Die ersten beiden. Gott. Aber was mitgeht. Ich hätte im Zweifelsfall die hinteren genommen, aber... ...würde ich auch fast sagen, was da schon runterknallt. Ja, dann aufgibt es da hintern. Ja, da gehen auch zwei Teams hinter. Egal. Egal. Ne, ich habe auch gerade dran denken müssen. Kann einer was annehmen? Ja. Wie kannst du sowas nur sagen? Wer alles dabei ist, einmal Jan, der andere durchgeknallte. Paul und... So. Julian, genau. Kannst du auch einfach wieder in Discord kommen. Wir hocken alle in einem Channel drin. Dann hast du gerade eine Tür aufgemacht. Ja. Ich bring dir eine Waffe. Ist das oben, oder was? Okay, das ist hier in der Mitte. Ja. Ich habe schon eine Waffe. Ich habe schon an der nächsten. Wir sind gleich fertig. Eine Waffe, ja. Wir sind durch. Weißt du, weißt nicht. Du musst keine Angst haben vom Philipp. So gemein ist er nicht. Ich bin dann nur gern Leute um. Ich bin dann nur gern. Ich bin dann auch bei dir, Julian. Ich bin dann auch bei der nächsten Mission. Ach so, die Claimer? Ja, habe ich. Wollen wir uns gleich noch mal ein Lootjob holen? Können wir auf platten. Philipp auch nochmal eine Platte nachstecken. Ich stecke die Platte schon rein. geld liegt schmeiß jetzt blub wohin und würde ich mal sagen 1.000 was drohne oder wollen wir eine drohne holen mir ist es egal hier ist ein amoshop weiter weiter ich habe gerade irgendwo blitzen gesehen aber ich weiß nicht mehr genau von wo aus dem augenwinkel rechts von uns nicht alle zum mission reingehen gibt jetzt bei uns deckung weil wir alle in diesem ding hocken weil er uns wieder netz zu hat natürlich zu wenn ich nur sich für zu ändern das habe ich gecheckt was dein plan war soll mir die nächste gleich mitnehmen sowieso nicht so viele haben wir schon lange nicht mehr gemacht wisst ihr was das für eine endzone wird scheiße dass wir keine heli halten noch einer nach der map irgendwo dort ist einer der steht auch original noch also links vom stadium ich habe auch ein troffi könnten wir probieren beschossen ja an der mission sind zwei leute diese ratten unten auf der straße hinten im klo häuschen war eben noch einer oben auf dem dach ja auch klo häuschen ist down mit dem scheiß oben mal wieder auf dem dach das ist nicht so einfach mit dem schießen muss leider auch treffen wir werden auch beschossen ich musste runter ich gehe ins haus davor und dann ist es einer nach um mich hat es um auf dem dach erwischt noch ich komme nicht runter ich schaffe es nicht ich komme nicht über die mauer warte 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 vielleicht schaffe ich es noch mal vielleicht schaffe ich es noch mal rein warte 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 oh fack abgefinischt ich komme genannt komm kommst du do年 treffen wir nichts mehr oh man ey da sind wir komplett vernichtet worden jetzt ja ich hab zwei leute noch gefinisht also gekillt und gefinisht aber wir wissen wo die zonen komplett hingehen fast schon mal gut könnten jetzt theoretisch auch immer dann scheiß waffen haben auf dem stadium landen sagst du mir an paul ich bin so schlecht geworden ja genau jetzt sehr schön ja klar dass ich meine klar rechts um die ecke der hauswand da lag noch links hat er es noch ich habe jetzt nicht verstanden warum sie gar nicht nur massen weiß ich gerade auch nicht ich hätte ihm einfach semtext an rücken werfen können das war deine falsche entscheidung du kleiner sportsfreund mann wir haben heute auch ich kein glück das ist unglaublich aber genau genau so war es am donnerstag oder so in anderen beiden gespielt haben was ganz genau so einfach richtig richtig an lucky und dann ihr werdet jetzt mal welcher platz das wird es werden schreibt mal rein wenn du kommst hände lockern zwischen 1 und 30 einfach irgendwas was jemand du bist ja schon optimistisch wir sind im vierer da hast du maximal 40 dünner noch mal bei 150 leuten ja also unter die top 3 sie müssten naja ich sag nix ich sag nix ich jenks hier gar nix 13 also wir müssen definitiv besser als 13 da werden kann spiel vernünftig 2 stunden 45 und drei sekunden die update 3 fängt erst am mittwoch an wo wieder nix mehr geht danke activision ich sehe noch gar keine map schon aufmachen nein wir sind noch nicht mal drinnen im spiel ich bin noch nicht mal nicht da ist ja dann ist ja auch ich bin mal paul allein in der gruppe ja ich mir steht er noch mit dabei in der gruppe bin jetzt ich bin jetzt auch raus ich bin ja dann lass noch mal raus oder das ist das viel verlassen das spiel jetzt hat frauen wir die gruppe verlassen ich trete ja wieder bei war denn das schon wieder liegen sie alle raus und kommen wieder dazu ja das liegt jetzt ist du hast über die wischen gemäckert und das war es dann ja genau daher kommt die dachten sich wie zeigen wir das längere ding hat oder was so letzte runde dann genau dann weil wir werden erster es sei denn wir werden erster aha ok von vorne nicht von hinten wie we we jetzt jeder dabei also ich habe immer noch den ladebildschirm ich habe jetzt schon wie ich falle ja also in der gruppe sind alle da ja und jetzt sterb ich schon bei einer vollhöhe von einem millimeter also wir können maximal 35 werden mehr teams gibt es nicht aber von 35 ist das zu werden ich sage was an mir ist egal Let's get ready to RUMBALL!!! Der hat gerade auch so ein Mega-Lag? Nein! Nein! Ich geh erstmal dahin! Ich hab gleich die Mission hier! Was lass... Ich bin noch in der Luft! Also wir haben mindestens ein Team! Ein Team mit der Mission! Ein Team landet hier so! Bei der Mission... Die fliegen drüber! Ein Helio schnappen! Das war doch ein kurzer Heli-Flug! Ich weiß, ich hab jemanden gesehen, wollte ein Heli draufschmeißen! Hub doch Heli auf den Kopf! Aber hat leider nicht klappt! Ich bin jetzt hier gerade nicht ganz so... Ich bin gleich an der nächsten Mission! Nimm sie gleich an! Ich hab ne! Selber fliegen! Verstreut! Ich hab ne lustige Taktik! Zum Verbunkern! Zum Verbunkern! Dann raus damit! Ich hab ein Einsatzschild und ein Schild geschützt! Ich kann mich vor das Schild geschützt hocken und es kann drüber feuern! Oh Mann! Das könnte sogar funktionieren! Ja! Wir werden gejagt! Toll! Dann können wir doch die Mission an die... Das ausprobieren! Wollen wir hierhin die Search-Mission machen? Weil wir müssen uns gut erhoben! Egal! Mach das mal! Ich hab ein Schild! Wir gehen sowieso drauf! Also ist egal! Wir hätten sogar schon wieder genug für einen Loot-Drop! Also von daher! Also hier sind noch... Die kommen näher! Hier sind auf jeden Fall schon Leute durch! Sind ganz nah! Ganz nah! Dann ja hier in das Haus rein! Ein Schildgeschütz auf! Ja! Bei Markierung! Sie haben sich einen Drop gerade auch geholt! Ja! Auf Markierung! Einer K.O! Einer Sheet-Track! Paul! Warte! Ich geb dir Deckung! Nee! Warte! Ich bin leer! Egal! Ich geb dir Deckung! Einer ist broken! Bis nachladen! Einer K.O! Ich halts! Er ist broken! Der auf der Mauer! Ja! Ich seh ihn! Da unten ist einer! Ich bin auf down! Oh! Von hinten! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Das K.O. hinter uns! Nee! In der Niedermarkierung ist noch einer! Warte ist K.O. aber ich bin auf down! Ja! Ich auch! Ach! Sehr schön! Das überlebte! Ja! Ich habe 3.O. geschossen und das war's! Ja! Da standen wir gerade wieder alle! Dann machen wir alles ein! Dann machen wir alles ein! Und warten wir irgendwo dran sind! Ich habe noch drei Runden! 2! 2! Ich bin vor dir dran! Ich bin schon dran! Ich bin schon dran! Stimmt! Hab gewonnen! Ja schon! Komm wieder runter! Ja! Ja! Da liegt genug! Eine Runde bis zum Kampf! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Er geht links rum! Ich bin links hinten bei ihm! Bei davor! Hab ihn! Danke! Ja schon! Ich bin dran! Also ich kaufe mal einen Truck! Und falls du es nicht überlebst, habe ich immer noch genug! Kann gut sein, dass ich nicht überlebe! Ja! Lass mich kaufen! Ähm! Warte! Ich kann nicht reinziehen, wenn du da bist! Im Livestream! Da kommst du nicht rein ohne Adminzugang! Ohne Mathe, sagen wir so! Du müsstest reinkommen! Kann ich nicht kaufen! Ja, warte! Es dauert noch! Wir hatten das ja schon mal! Ach! Jetzt sollte ich gekauft werden können! Ja! Der Truck liegt hier auch direkt! Oh! Ich komm direkt runter zu euch! Hier werde ich beschossen! Ja! Dort! Markierung! Von wo? Bei Türkis war eine Markierung eben! Ich weiß aber nicht, ob der geschossen hat! Da hinten läuft im Wald einer! Fuck! Ich muss ja selber noch zuschauen! Ich kenne jemanden! Munition! Der im Wald hinten ist gebrochen! Wollen wir schnell zusammenschmeißen und Munitionskiste holen kaufen! Da! Bei Türkis ist gerade einer close gelaufen! 150 Meter! Ja! Schmeiß mal die Pole oder irgendwas! Wo bist du? Runden? Komm schon! Ja! Der fällt runter! Ich gebe dir ist meine Smoke! Ich gebe dir nur Deckung! Da! Hast du genug recht? Nein, habe ich nicht! Weitere auch nicht! K.O. 1200! Der ist hinter der Mauer! Der ist hinter der Mauer! Da waren 6.000 hinterher! Die ist oder wo? Türkis! Weil da hinten wird es noch ein Sniper! K.O. Sniper ist K.O. Braucht ihr noch einen Rauch? Irgendwer noch Muni? Ich habe voll meinen Mund! Schafe brauche ich! Das ist alles! Ja, bleib stehen! Bleib doch stehen! Da ist wieder eine! Hast du ihn gesehen? Ja, der hat einen sehr viel Luft hinter der Mauer! Sind sie zwei? Dort einer! Ich treffe nichts! Ich glaube ihr wisst wo ich noch hin möchte! Ja! Was hast du gekauft, Philipp? Was hast du gekauft? Bei der Platten! Ja, brauche ich! Natürlich! nicht alleine runter der erste vom himmel abgesprungen so wie wir mögen chips aber die bei der bei der hütte die wir von die zwei die könnten den könnte die kiste gehören und ich sehe da drüben unter markierung hatte ich hier rüber genug hätte ich sehe nicht bei einem k.o hinterm stein hinter dem stein eliminiert fernkämpfer kommt ihr wieder zurück zur station hier da drüben ist auf jeden fall richtig party ja da sind zwei deswegen was soll er hinter dem haus denn der ist auf jeden fall ko ich habe keine money mehr wie viel haben wir denn da habe ich nur noch acht wieso treffe ich den nicht das gibt es noch nicht eliminiert kein weim die wurden aber auch von links noch beschossen ich brauche keine ja der ja ja sorry danke auto klaus broken ich glaube an der unserer kiste wollen wir unsere mission weitermachen wir verlieren so oder so die krone heißt eigentlich nur dass twitch prime unten sind hat nichts mit uns zu tun auf dem dach oder ich bin aber schon auf dem weg da war es einer getroppt in der brücke springen wo hinter uns hinter uns aus süden einer ist k.o. eine ist eliminiert hinter uns auch wir sind eingekessen sind wir bauen auf dem dach überhaupt nicht ja ich bin da und ich liegt halt oben auf dem dach ich kann es probieren ob ich an der leiter runter fallen kann kommst du nicht doch doch das ist neu 50 meter vor uns die richtung zu zweiter wo ich gestorben bin ich habe einen k.o. ich bin hinter dir praktisch über der mauer hier ist geflasht collateral kula gewonnen da ist noch einer dabei genau da wo da gibt es die markierung von mir ich brauche platten das ist das was ich trage ich habe hier ich habe hier ich gehe hier oben ans gelände oh ja achtung der steht schon vorne achtung oben einer drauf alter wo einer ist einer ist oben auf dem links muss drauf einer ist rechts dahinter lang laufen einer war also julan ich würde nicht zu unserer toten stelle gehen weil können sie mission versuchen noch weil die sind jetzt alle gerade da weg ja daniel es gibt voraussetzung für gewisse sachen ich habe es schon beschrieben ich wollte es nur nicht laut sein dass es mir euch nicht stört die fighten da vorne immer noch ich habe sechs kills start start oh zuerst ein Ja, das weiß ich schon, dass du dich da ein bisschen auskennst. Ja, das ist gut zu wissen, aber wir müssen noch ein bisschen gucken mit Nebenverdiensten, aber wir brauchen das frühestens, wenn wir ein paar mehr Follower haben. Meinst du, ich kann zu unserem Auto nicht gehen? Ausgestiegen. Ausgestiegen an der Kopfstation? Ja, ihr seht mich nicht. Meinst du, ich kann noch mal zur Tanke gehen? Das Risky, da war eben noch ein bisschen Fight, aber ganz gut. Ach nee, der guckt ganz woanders. Da auch noch eine Glasmaske. Dann. Oder? Habe ich nicht falsch. Achtung. Hätte ich gesehen. Mich? Ja, es rentiert sich nicht. Aber theoretisch musst du ab dem ersten Euro das in der Steuer angeben. Auch wenn du sonst nichts machen müsstest. Und wenn du jetzt irgendwo arbeitest und einen Nebenverdienst hast, musst du bei dem Arbeitgeber angeben. Ansonsten kannst du ein Problem kriegen. Mhm. Schade. Aber gut. Ja, das ist der dritte da noch. Oh, Alter, der trifft mich noch. Was ist gebrochen? Wo ist denn dein Aim-Letskraft gewesen? Wollen wir noch mal rum, oder was war mal Aufwand? Ich bin noch dabei. 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 Das ist einfach lustig. Und ich weiß es nicht, wie das ist, wenn du Werbeeinnahmen hast. Äh, Jan sage ich schon. Dann hast du heute regelmäßige Einnahmen und dann brauchst du, glaube ich, irgendwie wieder ein Kleingewerbe. Irgend so was war da. Ja, ich habe wenigstens den einen aus dem Kack-Team noch platt gemacht. Ja. Welcher Platz war es eigentlich? Hat da einer aufgefasst? 3, 16. Ah, leider nicht ganz geschafft, irgendwie. Ich könnte aber gerne noch mal eine Runde versuchen. Ich bin sofort wieder da. Ja, genau, Daniel. Und das werden wir machen. Müssen wir definitiv auch unserem Arbeitgeber das anmelden. Da muss der erst mal zustimmen. Und da im Moment da sowieso alles so dahint ist, habe ich keine Lust da irgendwas machen. Anmelden ist nicht teuer. Das kostet 30, 40 Euro bezogen. Aber trotzdem. Genau, deswegen machen wir es auch nicht. Dann haben wir den Donation-Link noch mit rausgenommen, damit keiner irgendwie anklissen kann. Dann werden wir ein paar mehr Follower haben. Und das etwas regelmäßiger ist. Nicht nur zum Spaß. Dann werden wir das schon machen. Wir müssen jetzt mit euch zusammen mal wieder eine größere Aktion mit Pummel-Party starten. Was ist mit Pummel-Party? Grüß. Bin wieder vor. Ja, das... Erstmal nicht. Was glaubst du denn? Leck mich. Äh, was heißt anmelden, Daniel? Ihr müsstet das eigentlich nicht anmelden, weil ihr da keine Werbung habt. Ihr müsstet das nur bei irgendeiner Steuererklärung von einem von euch drei anmelden. Und da ihr eh unter einer bestimmten Betragszeit dürft ihr da eh keine Steuer anfallen. So, wo wollt ihr denn hin? Ja. Julian, sag mal was an. Lumber. Alright. Keine Ahnung. Ne, ist okay. Geh mal Lumber. Mal die andere Richtung. Ganz safe. So, der altes andere hat die heute eh nicht funktioniert. Da bin ich erstmal gespannt, weil Daniel, was ich danach zahlen darf dieses Jahr mit der scheiß Kurzarbeit. Bleib doch da, du Penner, ich hab die schon gesprochen. Mit drei Schuss. So ein Team. Ne, ich hab noch mal was mitmarkiert. Ich hoffe, das ist ne zu null Geschichte wird dieses Mal. Da ist ein Team. Die beiden sind schon gebrochen, die hier um mich rumfliegen. So, Emily, dann rat mal, welcher Platz werden wir. Von 1 bis 37 Grad ist. Hinter dir kommen noch zwei, links von dir ist noch einer und ganz oberhalb links von hinten. Und da kommt ein Heli. Ok. Also von dem Team sind zwei gebrochen, wenn das das Team ist, was die ganze Zeit mit uns geflogen ist. Ok. Ich bin unten rein. Ich bräuchte mal irgendwas, was sich nach Waffen fühlt, denn ich hab nicht mehr Pistol Money. Oh, danke. Da haben wir, hier oben wäre noch eine grüne, wenn man will. Jan? Nö. Also Paul, bei dir da ist irgendwo auf jeden Fall ein Team in der Nähe. Ja, ich weiß. War das noch einer von euch? Ja, ich. Ich hätte gehofft, dass der da raus guckt und ich ihm da einfach, weil ich hab thermal, dass ich ihn wegschießen kann. Waren Bait. Hast du mit deiner 13, nur weil du bloß 13 bist oder was? Oh, jetzt sei doch nicht so gemein. Ach. Ich bin noch nicht gemein. Sowieso. Mal immer. Ja. Soll ein Erster werden und nicht 13. Autor? 13er wäre schon eine Steigerung. Ja, gut. Mach mal so, wenn wir genau 13 werden, haben wir das nächste Mal einen neuen Pummelparty und die Mitspieler und zwar Emily. Wie das? Dann haben wir wieder gewonnen. Sollen wir so einen Time Attack was machen? Das ist egal. Ja, komm mal auf. Platz über da. Ja. Hol ich den. Ich bin schon fast da. Ja, holst du den Truck? Ja, den Truck. Kann ich auch machen. Ich will mit dem Truck. Brown Town Polizei Station daneben. Gut. Wir laufen schon mal. Ich habe übrigens einen Trophy in den Truck. Danke. Kannst los. Brauchst du zwei, damit es wirkt. Eines vorne drauf und eines hinten auf der Ladefeuer. Der ist zu lang. Der ist elf Meter lang. Das habe ich jetzt auch herausgefunden. Ein Trophy wirkt nur 8 Meter. Egal, dann schmeiße ich trotzdem eins hin. Ja, schon klar. Bin drauf. Bin drauf. Du bist dann natürlich nicht durchgefahren. Ich wollte dich überfahren. Dann haben wir ja alle schon mal. Handy dort oben. Landen bei grün auf dem Dach. Ja, alle keine Platte. Jungs. Trophy hält es aber schön auf. Jetzt nicht mehr. Das ist weg, das Truck. Wollen wir einen Lootjob holen trotzdem? Kann man machen. Haben wir genug. Haben wir. Wir können auch ins Haus reingehen und den holen. Ja, machen wir jetzt. Gehen wir ins Haus. Haben, haben. Haben ins Haus. Komm mal da oben hoch. Ich habe eine Muni-Kiste mit. Ja schon. Ja. Du kannst hier ins Haus hoch, du kannst sogar hier mit einem Aufzug fahren. Bin schon auf dem Weg nach oben. Alter, ich habe schon wieder 5000 in der fucking Einfahrt gefunden. Ja. Sollte auf dem Dach kommen, der Lootjob. Schmeiß dann oben Muni-Kiste, gell? Ja. Achtung, Kacke, wie hoch ist dieses Scheiß-Ding. Fertig. Du hast es am beschissensten Ort ever geworfen, Philipp. Ja, ich habe es gesehen. Ich frage jetzt, wie wir da jetzt hochkommen. Ja. Ja, bei mir. Hier. Hier an der Wand. Ich habe das ja unten nicht gesehen. Ich wollte es halt unten schmeißen, dass man... Oh, das ist wieder runtergefallen. Warte, ich drop hier unten Muni-Kiste. Die Muni-Kiste liegt hier. Sehr schön. Da liegt nochmal ein Haufen Kohle hier oben. Was wollte er machen, wohin? Können wir nochmal einkaufen? Ja, da oder? Kommt mir. Nee, nee, nee. Noch eine zweite Treppe, also aufpassen. betäubung geblendet er ist nach unten abgehauen hinter uns an der treppe sein ich soll davon fragen ist er ist auf dem dach oben da wo wir den top haben oben auf dem dach ja komm er gibt mir halt ein one shot die rate also jan daniel fragt ob du da den bart abrasiert hast du jetzt wie ein kleines baby aussiehst weil man dann nicht sieht nein der bat kommt nicht mehr ab daniel es ist das ist eine halbe nacht vom rechner die wampe der will kein mensch sehen richtig deswegen haben wir sie ausgeklipst nein ich rasiere mir den bart nicht ab das mache ich jetzt 15 jahren nicht links durch jetzt ist er wieder mitte erst noch bitte direkt gehst du nicht aufs dach nein ich bin über unserem neuen job ausgeschmissen worden bei den lamber hinten drei stück also aufpassen wird schon werden ich habe ihn erschlagen direkt los hier ich wollte ich der tut hatte dann auch ich hatte zwei waffen die sonne und ne platzen ich habe halt wieder keine money doch 48 schuss und platten das ist eher mein problem könnte mich holen ist auch noch so ein time attack ding doch da ist noch eins steh mich for free aber das ist halt also ich finde es mal relativ stark am besten aufs quad außen am nächsten ja aber lieber schaffst du meist also time attack ist eigentlich so gemacht dass du es fast ist zwingend ein auto nehmen schaffst du schaffst du eigentlich zu 99 prozent zu fuß was sieben zuschauer gegen voller haben wir nichts im gegenteil so viele haben wir da noch nicht nächste shop ist da ne der nächste shop ist bei der time attack ja da ist auch einer ja die time attack ist ein shop paul ja ja kauf dir doch platten ne warte ich glaube eine platten kiste philipp und so spät egal ich will trotzdem noch ihr kriegt auch noch alle er ist da vor weniger von wo er ist direkt am shop irgendwie versucht bevor ich bin da er hat mich gleich sehr schön ich glaube schon ich glaube schon ich kann ich dich for free dann wiederholen wieso ich habe den typen abgeknallt oder ich habe den typen abgeknallt oder ich habe den typen abgeknallt oder ich habe den 13 da wenn du eine brauchst braucht ihr noch mal eine ausrüstungs lieferung die liegt doch noch da hinten aber ja ich sag ich sag nie nein ja ich habe kiste geholt hier für alle ich habe nämlich nicht eine mehr hat jemand ein troffi nein ich nehme noch drohne mit dann sind sie gleich wenn möglich das ist offen über 13 wir wissen uns ob ich hier fast irgendwo verpumpern will ja farmland über uns sind drei stück wo verpumpen wir uns keine ahnung ich würde ungern fahren ich würde gerne zur aussie vor also ich fahr jetzt auf jeden fall zur aussie vor ich werde nicht fahren wenn dann laufen dann laufe ich alleine wir kommen schon mit keine angst wir kommen schon im moment ist gut aber ohne troffi fahren jetzt im moment ist es einfach kacke weil man das auto eh ziemlich im arsch ist ok das war echt grad knapp ich finde inzwischen besser muss ich ganz ehrlich sagen kannst mehr machen kostet nix die qualität ist teilweise auch besser muss ich tatsächlich sagen und du kannst den leuten wenn irgendwas wichtiges ist auch mittelang und schreiben die offline sind oder die nicht in dem discord sind zum beispiel im anderen und du siehst es halt trotzdem also mittlerweile muss ich tatsächlich sagen du kannst halt auch leuten irgendwie ein bildschirm teilen direkt und so sachen also es hat schon was dafür kein zweitprogramm wie gesagt an der suchmission am haus daneben waren drei dots in dem her 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 ich latsch jetzt allerdings ohne snideperronie hab auch keine ich auch ne ich hab ne p-la mit einem schuss ich hab ne chalker ich hab meine brun und äh Auto rechts oben sind ausgestiegen hab ich genommen sind wieder drin ich hab meine die laufen hier hinter grün hinterm haus sind jetzt beim silo alle bei der schuss auf euch naja war ich bei Auto sitzt immer noch jemand ne 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 hier unten ist noch ne sattelhorn alle die hab ich auch genommen ne hier liegt noch eine ja ich weiß aber ich hab sie auch genommen das meinte ich wenn jemand platten braucht hier ist noch einer in dem haus ich hab die weg geworfen ich hab jetzt auch die sattelhorn philip ich hab die weg geworfen ich hab jetzt auch die sattelhorn philip in dem haus neben der mission sind drei mann die warten nur drauf dass die uns ja die schießen schon die schießen schon machen die ganzen blockierungen weg wenn möglich das sind wahrscheinlich die die zwei drei grad hingelaufen die wir bei uns hatten die haben nämlich die mission als bait gelassen die penner wollen wir hier in das wieder markierte hausmann rein können wir machen dann klicken wir da vorne wo habe ich mich erschreckt ich dachte gerade das bild wäre einer leck mich am sack ich habe auf jeden fall noch ganz gut geld drin wir müssen an denen auf jeden fall vorbei an dem kackhaus wir können durch die freie fett hier hinter zu den anderen häusern rufen da stehen aber auch schon zwei autos gehen da nicht hin anna gekommen das wurde wieder gekauft wieder nicht passiert müsste es sein aber hier was ich dachte nur wir müssen sowieso irgendwann vorwärts move wenn wir jetzt drauf sind sind wir platz 13 beruhigen das heißt nur dass du zu wenig getrunken hast die ist 13 das ist das normale leute ich vergaß dieses bundesland tickt anders als die normalen weiß ich ich habe die sehr in diesem haus da keinen mehr da muss aber fast jemand sein da kommt da läuft gerade einer ist gerade einer hier bei blau rein da landet kann auch einer auf dem dach also blau ist gerade einer durch den eingang rein und auf dem fenster und auf der straße ist k.o. eliminiert und auf dem fenster da sind da sind mehrere ja ich komm bist du safe da vorne liegt noch eine brunen auch philip oder hast du eine ich hab meine brunen ich bin voll ausgerüstet ok könnt ihr komm zu mir komm zu mir komm zu mir da oder da wären die letzten beiden kopfstationen sonst kommt hier rüber kommt hier rüber ja ja wo war das jetzt schon wieder hier liegt auch noch eine platte ich hab alles wir können halt von hier dann einfach nach da runter wenn ihr wollt ganz offen hier ausgucken wenn wir jemand kohle droppen dann riskierst und ganz holen ja und dann aus der tür bei blau von weiter rechts 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 an der wand bei uns am haus haben gerade gesehen hallo ich hab einfach bug ich hab einfach bug ich kann noch mehr wählen äh da musst du ja das ist ein bug das hatten wir auch schon öfter ich hatte nur noch die die hielt den heal scheiß aber sonst alter herr 10 yo jetzt sind wir auf 5 zuschauer runter da waren sie schon noch frei wieder das ist eigentlich ganz gut um die zeit und haben wir bei wasern noch mal so wenn man abschüsse ich habe da keine ich habe keine ahnung wie viele ich habe zwei glaube ich hier unten haben wir eigentlich schon gespielt keine ahnung keine ahnung keine ahnung ne so viele nicht philipp du hattest zwei kills ich fünfte zwei julian ein paul null ich sehe es gerade im stream ach mir ist warm und sonst wird der arme kleine das was 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 war das für ein spruch paul ist weg ganz kurz weg wir haben dass du noch da ja ach du kommst du herr emily okay darf man das überhaupt das bundesland benennen was ist das kann man das essen ich nehme es zurück das mit dem bier okay emily wir wissen schon wo das ist wir haben die nur ein bisschen ja es war ein späßchen wir wissen beide wo das kaff ist bin wieder da ja ich glaube er wollte schreiben was für komische leute da leben wo springen wir hin ich habe nichts von dir felix was hat er von dir das macht mir jetzt sorgen wenn er sachen von dir hat oh gott wo springt man jetzt hin nein ich habe den sound reingejagt der sagt was an mir wurscht superstore immer rein in die wille ja ach scheiß drauf hier kommt doch bestimmt die hölle mit runter oder schreibt wenigstens meinen namen richtig da ist definitiv einer mit runter hier schon ich finde keine waffe das gibt es nicht ich habe gerade schon was gesehen ich habe gerade schon was gesehen Achtung Jan bei dir ganz knapp gebrochen vergessen haben wir den ein schau hier ist oben einer im büro war der schon cool einer Paul du bist an ihm vorbei gerannt der liegt hier ja oben im büro ist einer hab zwei gekillt munitionskiste entry 5 hast du die dumme kuh ey ja der stand aber jetzt bin ich auch dran oben im büro da drin fuck verschossen zu viel hat nicht getroffen naja alles gut aber vergesst du nur immer rein zu spielen Daniel so jetzt habe ich noch eine waffe da da liegt da liegt auf dem boden oben im Büro so Armbrust so ein schein ja bin draufgegangen Harin NOOOOO Hattest euch jetzt beide erwischt ja könntet ihr uns aber zurückholen beide ich gehe schon mal den ersten holen Paul kommst du mit holst du den zweiten da liegt hier oben liegt eine die deine munitionskiste die klicken lassen ab ja hier direkt weiter Gnadi ich hab den ersten zurückgekauft Paul holst du schnell den zweiten ich habe noch 200 da liegt krass deswegen meinte ich ist ok ja das habe ich ich habe nicht drauf geachtet soll ich zu euch oder zur Mission hier ist noch einer gekommen hier ist noch einer gerade wieder runter gekommen dahinten ich hake den geht zur Mission ruhig ich komme jetzt auch ich gehe nochmal innen rein da wo ich gestorben bin das sind nur die Waffen grüne Markierung auch nochmal eine ich habe mir in der Blendgranate getrollt ich finde wo ich gestorben bin ich habe hier den ich habe hier den K.O. der frisch runter kam hier liegt noch eine ganz gute Fneifer wenn er hier liegt noch einer ganz gute Sniper bin an Höööö ich freue ich Julian ja ist schön hat jemand mannition für mg oder sowas ja dann bist du noch da ja schon ich habe ich habe einen übersehen hat felix muss ich ganz ehrlich sagen weiß dass er oben lag aber die fahren weiter dann gerade eure kommentare nicht alle lesen das wird etwas viel auf einmal und um spielen ein 13 und wachsames auge die armen posten schrott ja die ist schon nicht schlecht wenn man umgehen kann aber ich hatte gerade mega lex ich auch ja ich nehme den raketenwerfer mit wo gehen wir hin das party auf grünen richtung damm hoch so mal die ecke zumindest das mal einfach stund weiterlaufen ja zumindest mal die richtung und we müssen vor uns in der feuerwehr hier ist gelootet da läuft auf dem feuerwehr dach sind weißt du hab den gefinisht damit habe ich auch nicht gerechnet ich auch nicht wenn mich jemand aufholen kann ist gut ansonsten hat ich komme ich werde schocken lassen hinter dem container ja der finnisch hat sofort der spaß das sind auch mindestens zwei mitte bei sich am sport guckt in die mitte der geht jetzt nach rechts guckt jetzt rechts ab alter ich treffe ihn halt nicht achte du kriegst du noch auf dann weißt du dass der typ der hier gerade gelaufen ist dass ich da bin ist auf der feuerwehr nach party ich bin gleich dran ich wurde direkt weggemacht ja bei mir ist direkt einer ja nicht zu mir kommen ja das ist auch ein nöc ja das ist der letzte ja den du gesehen hast war anderes team die haben ja ja guck da kommen noch drei war das auch der tag wo ich dich umbenannt habe alter leute heute macht es echt keinen spaß muss sagen die vierer in wassen sind eh nicht mehr wollen wir schöner es ist halt das problem ist dass jeder mittlerweile die fucking map einfach in und auswendig kennt das ist das hauptproblem du kannst halt keine winkelzüge oder irgendwas mehr versuchen ja nimm die andere mg noch mit da liegt wie sonst besser besser ist deine filer ja 200 schuss mit mg proben ja oder so nein nein wo ist denn diese blöde kisten mission können wir das mal an schon irgendwo eine kaufstation in der nähe sind alle auf dem airport noch da steht noch eine piste oben ist auch noch mal eine da läuft einer direkt vor dir ja ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen Achtung vor dir war auch einer zwei sogar drei da lag noch eine platte rechts im raum im kleinen da hast du jemanden gefunden ist er ein sniper nein das ist gut ich hab schon einen sniper die an der an der kaufstation aus kaputt gemacht die sind da sind noch welche ich hole jetzt die letzte mission und versuch dann so viele wie möglich da ja weiß einer von euch wer genug cola hatte ach komm ich riskier es jetzt einfach was es direkt hinter der linken da wo der lkw steht da sind sie gerade gelaufen wir gucken sie mich halt mit drei mann an wir haben immer wieder runden wo einer von uns extrem gut ist keine wunde wo wir alle konstant sind der läuft nicht der kugelt nur leck mich lasst uns einfach mal mitten jetzt rein springen einfach nur ist gerade tierisch abgabt sozusagen einfach mitten in die zone rein springen er lasst uns einfach mal mit dich in die zone rein springen und einfach nur looten ach du kacke diesen flugfahren redex daniel wann habt ihr diese woche mal zeit ich glaube der letzte satz ist der wichtige rüber der letzte teil redex dann auch oder was könnte man nicht jeden abend man hat mir zeit also so das ist gut das bringt ja jetzt hier unten menschen hervor auf ganz gute art und also mitte der zone ist und wir luten da die zelte durch neben die jagdmission und dann gibt es auf die fresse ganz simpel was wir kriegen auf die fresse so wie immer ich habe ja nicht gesagt wer auf die fresse kriegt ihr habt nur gesagt es gibt auf die fresse ich habe nicht gesagt für wen nicht und draußen hat er mal echt gescheitend schreibt der stuhl nicht so einen scheiss sitzack hol dir morgen einen äh da habe ich noch eine unterlage und alles quatsch ach doch ich habe hier auch keine ja du hast ja auch keine jassi im haushalt ne ich hab noch an die gar die frage was besser ist manchmal nein spaß ich hab mein vorlieb hab ne drohne ohohoho ähm wo wo ok die fliegen alle weiter aber ich habe im ersten moment einen kleinen schock hier ich habe schon einen gekillt ja ich sag das auch grad so alles klar was geht denn jetzt hier ab also bei philip und mir waren hier direkt schon mal zu hier ist auch noch einer hier im gelben haus ja hab einen gefinished ja schon ist noch einer hinter uns irgendwo äh da kommt noch einer von oben broken auf die seite nichts warte in der position er läuft flüchtet egal drauf wieder broken er ist da hinten rein wir beide einfach schon auf jagd geht ja war doch angesagt dass wir jetzt mal anders ja eigentlich schon ich hätte nur platten wieder ich hab ne gehause ich auch und und muni kritisch kommen wir eben oben wieder hoch die anderen wir holen uns hier unten in der Hauptstation gleich platten Paul ja können wir auch machen wir haben 1,5 dann ich hab ne muni kiste sehr schön hab noch ne panzerungskiste ernsthaft ja dann kommen wir wieder zu euch dann kommen wir hoch ich nehme sie mit ich hab null platten äh von mir gleich im hauswerfen alles gut sollen wir ihm nicht am besten platten hinwerfen damit er dann alle hat ne näher das machen wir erst wenn die da sind weil die hält net so ja 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 das wird schlauste also ich werde sie jetzt warte doch jetzt jetzt haben wir zu tragen wäre es den komischen rothaarigen oder rotbärtig also nicht mehr wenn sie sich auf dem kopf um so ich meine sie jetzt hier oben ja ja ich weiß alle übrigen platten auch erst ab ja zwei liegen von mir da ja die dinge so dass ich sie nicht nehmen kann warte tropfen auch gleich die muni kiste hier guck mal kannst du die nehmen nein wieso jetzt kann ich sie gleich nehmen aber wo ist denn die muni er hat mir trotzdem egal ja braucht ihr soll ich mich nicht hinschmeißen ja schade ne das wollen wir in die kisten aufheben wir sterben sowieso immer stimmt so leute unser tage das kann abgelaufen ja hier rüber da läuft action da läuft action direkt in dem haus davor ja da vorne die haben eine rote kiste geholt einen loot drop weil das versuchen oder nicht ja natürlich wir haben gesagt wir gehen jetzt auf dann gehen wir links links schon weg garantiert einer zumindest höhe ja guck dir direkt aus dem henster raus einer k.o. im haus sehr schön einer geht hit rum hinter uns hinter uns kommen auch hier ich habe es gerade gemerkt der ist im treppenhaus im treppenhaus einer noch einer der ist oben der kriegt und links ist dann einer k.o. noch gewesen Paul ja hebst du noch ja also ich bin gedowned wo denn der philipp mich fressen kann dann die sind oben oben drin einer oben einer ist oben eliminiert oben ist keiner mehr drin dann habe ich gerade eliminiert liegt mir hart hier liegen gute waffen also oben waren zwei leute ne einer war k.o. und einer tot habste beide alles klar alles klar ja weil ich eine bluhen so wie du es rammelst dann ich habe schon eine bluhen aber du hast die mp5 genommen ja dann nehme ich die bluhen komm mit der neklammend visier das geht aber nicht können wir julian kaufen wir haben genug cash oder ach hab ich cool so hier ist aber noch eine mp5 oder sowas in der art ja die hatte ich eben warte mal ich mache erstmal was anderes leckeres gewonnen ja garantiert eine hdr und eine mp5 ja die nehme ich mir dann mach das ich bleibe im rocket launch jetzt wenn wir jagen ich glaube im haus dahinter könnten auch noch Leute da oben auf das dach ist einer ja ran da gebrochen da haben wir 5 freider nicht anfangen ich bin unten schon im haustunnel ich gehe hoch kein von uns spielt keiner mehr einen croft wir spielen nur wachsende spiele und da unten unten ja unten überlebt habe ich immer noch nein nicht lang ja eher doch doch drei herzschläge ich komme gerannt und vorbei oh fuck jetzt war ich gerade da in dem gulag ich hab das in kohle soll ich dir die mp5 hier liegen lassen warte ich habe eine runde ja einer stowopter ich bin dran ich versuche mich hier raus zu bomben ich hab ihn leider nicht ich hab ihn leider nicht eine stelle ich hab ihn doch nicht soll ich ein cluster oder irgendetwas holen und den da hochschicken ja war nicht schlecht wahrscheinlich ich bin unten ins haus entzünden da ich gehe wieder hin wo ich gestorben bin dass ich meine wappen habe ich habe auf jeden fall zwei gedownt einen gefinisht und einer macht mich gerade noch also einer ist noch oben auf dem dach ich bin gut lag dran und dann nicht überlebt habe auch ein gefinisht weiter auf weiter oben ich habe noch ein gedauern da ist noch einer gewesen wie viele waren da oben ich habe ihr habt so viele von nein da war immer noch einer übrig es war einer übrig der den anderen dachte die waren weg trotzdem lustige runde ich war noch nicht im gulag ich habe es wie die vorhin gemacht ich habe den cluster genommen um hoch zu laufen ungehört ist echt eine gute taktik wenn du so ein hausdach stürmen willst ich meine lieblingswerfer schön gemacht so dann gehst du zum job aus der königsmission oder ich meine mich hier einer oder auch nicht das hast du schon vor drei jahre ich weiß aber dann ist doch wieder ein bisschen besser ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Er hat geschnetzelt Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab grad 8 Kills gemacht Mach dir mal im Spiel und nicht hier Das hat richtig Rette Let's get ready to rumble 55 Sekunden, 8 Kills Wollt ihr zu Port? Port kannst du backen, wenn sie da direkt rüberfliegen Superstore Alles klar, whatever you want Hunting Mission, downtown Bin ich eher für Superstore Wir hatten eben auch eine Hunting Mission Die haben wir nicht mehr irgendwie verfolgt Ja, das bleibt daran Die war in der Luft Der ist halt weiter geflogen Ja Aus Fliegscheine in die Richtung Ich lande wieder hin Einer ist auf dem Dach Zwei sind auf dem Dach Drei sind auf dem Dach Ich bin im Büro Hallo Wir sind da im In vierer Spot Weniger Dünger heran Dann war der Pau Oh Gott, ich stand Ich stand direkt vor der Tür Achtung, da sind noch welche Kannst du zurück robben? Nein, Granate Jetzt Abschluss bestätigt, beide Da kommt aber noch eine Ich hör noch Achtung, von hinten Von hinten Finischt mich Kommt zwei Zwei Gebrochen Ja, ich bin down Das funktioniert heute so gar nicht Sehr gut Ja, nicht wirklich Ich bin schon dran Ah Schon wieder ne Sniper Ich bin auch down Nix Im Krieg ist nur Sniper im Gulei Weil es nur noch Sniper und so Zeug gibt Ja, klar Ich hoffe, das ändern sie wieder beim Ähm Es ist ein Fünfer Mittwoch Ob ich überlebt Willst du nichts zur Kiste? Äh Äh Das kann man mitnehmen Das kann man definitiv Tock Ich glaube ja, das kann man mitnehmen Das kann man mitnehmen Mit der Kimbo-Pistolei einfach immer schön durchsprinten Leg die an, dann läufst du auch schneller Wunderweise Ich weiß halt nicht, ob die noch da sind, Philip Also beim Shop da drüben, da steht die Action, da steht auch schon ne Da war doch Ratschlüssel Aha Leider noch da Ja, 25. sind wir schon mal geworden, wieso? Wann hat er da noch mit? Da ist einer auf jeden Fall auf dem Dach Das kann man einfach mal holen Was ist er weiter? Ja Seems like Sitz aus Was ist das? Was ist das für ein Sniper? Der lahmsten MGS Der will dich triggern Auf Auf Station hättest du direkt vor dir Deine anderen Seite Die Brunen ist stark, die da lag Ja Die da Ich wollte gerade fragen Das weiß ich auch nicht, ich habe falsch gedrückt Der hat ihn gezogen und Ich stand Das weiß ich Ich weiß auch nicht, das war irgendwie Also Ich dachte gerade, du wärst tot Ja Ja Das habe ich mir auch so gedacht So kurz vorm Boden Wo er den Fall schon nicht gezogen hat Was? So geil aufs Plupp Unten Sollen wir hier noch looten? Damit wir schnell Cash kriegen Wir haben 300 fehlen noch Den nächsten R2 braucht er Ja Ja, wir lassen es Richtung Kiste schon mal gehen Bevor wir uns weiter weg bewegen davon Ich glaube die Drohne mal mit können Ich glaube die Drohne mal mit können Zum Gewehr mit Thermal hinter dem Raum Ne, mag ich nicht Nächsten könnte er doch schon wieder dann Das Ist auch geradeaus dann In der Kopfstation Oh, unsere Kiste ist alleine Das ist sehr schön Ich spiele jetzt die gleiche Reinkommo wie du Da hat sich defectiv Brennt der Tauer schon immer? Ja Ja Die wird dir aufgefahren und uns fehlen noch uns uns fehlen noch 400 das war der plan ich habe viel geld es reicht schon ja lang ich komme zum shop aus nicht mehr kann trotzdem machen ich würde platten einkaufen für mich gibt noch eine oder zwei liegt auch noch einer drinnen ich gehe zum no drop und komme dann zu euch hier unten drunter ist hier unten drinnen ist einer relativ weit weg aber ich habe ihn laufen sehen fährt mein auto weg und ist auch noch platte panzer was mache ich lass mir richtig grün laufen oder ich bleibe hier gerade unter ehrlich wenn es recht ist hinter dir liegt noch eine platte hier drüben so kiss und zettich sind jetzt mitgebracht brauchst du noch eine philipp wie viel hast du hast wahrscheinlich gar keine mehr ja warte liegt noch eine liegen zwei stück auf dem weg ich brauche einen moniker und was brauchst du für einen sniper oder mp ich brauche alles eine monikiste wäre jetzt gut ich höre hier auf jeden fall noch eine kiste moni? oh ja moni aber nicht für die waffen die ich brauche ich brauche sturmgewehr und sturmgewehr kannst du dir alles geben hier liegt da noch was ach sturmgewehr warte ich spreist wieder an ja da danke ich habe 210 mehr kann ich nicht aufnehmen ich bin ein sniper hier oben liegt noch mal hart hier oh ich habe einen pedler und halt nur meine innerer ich gehe mal zum julian dass der nicht alleine laufen muss also hier wurde auf jeden fall schon gelootet in dem haus komm hinterher hier wurde überall schon gelootet was wird denn das für eine endzone könnte hier wollen wir durch den tunnel hoch auf den damm also hier auf unserem standard posi kann man machen drüben liegt sorry auf dem damm ist ein könig hier unten nicht eigentlich irgendwo was was money gibt da war doch irgendwas oder war ich ich glaube das ist hier unten nachher als polizei genau dort beim blut shop hinter der mauer hier und da eine zweite markierung sniper der kommt gerade der kommt gerade das sind zwei teams da ist immer noch einer auf läuft ping ist jetzt noch einen habe ich gekillt weiter hinten kommt noch einer nach habe ich gar nicht sehen wo warte er ruft nicht hier liegt auch ein drop von den da nach sind beide ausgeschaltet da sind beide drops die da waren verschwunden ja achtung grün ist auf jeden fall noch einer der wird von mir bei mir bei mir hinter der mauer der anderen seite von der mauer nachschießt oder der steht da direkt der steht da direkt wieder der direkt von mir hast du den philip ich war das der den die ganze zeit unter dauerfeuer ich habe als geguckt wo ist denn da oben vom berg runter das war ich elektriklar wenn jemand braucht jo nehm ich wenn sie keine haben will würde ich sie hier ist eine mp7 und eine goldene panzertasche noch eine goldene mp7 und noch eine kilo ne wenn man das ist ein kilo noch hier drüben lag noch eine fennec hier am berg philip ich bin hinter dir hier hol den selbst dann hast du zumindest eine ein hier liegen auch noch platten ne da sorry ich habe acht stück hallo 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 kommen wir zum damm hoch die frage ist nur da müsste man komplett rein da müssen wir nicht du kommst am damm hoch ja aber hier nicht auf der seite doch echt ja komm mit ich komm gleich nach ok krass hast du gesehen wo hoch julian ja ich habe es noch nicht auf das roda geschafft das war damit falsch schon raus oder nö geht es ganz hoch da gibt es auch einen drück ich weiß noch nicht mehr wie nö also ich rutsche vom rohr immer runter du musst andere rohr nehmen das zweite markier mal das da ich muss in die andere richtung und hat sie ihr geändert ja ok bist du dann hier von der ecke gesprungen oder von hier ne von der ecke dann kommt schaffst du es also auch noch mal probieren ja zwei minuten haben wir noch wir gehen weiter welches brauchen wir jetzt muss ich das erste oder das zweite nehmen warte das ist ihr oder was nach oben ist es egal aber du hast recht ich habe es gerade beim zweiten jump auch nicht geschafft du musst ein bisschen glück haben weiter in die zone warte auf euch hier verfolgungsmission annehmen naja würde ich jetzt für nicht ok dann lass vorbei wir sind aus der zone 4 können wir noch machen nicht so gepol in der letzten zone wieder annehmen wenn man im zelt hockt ach ne guck mal in dem aus der runde waren wir besser als alle anderen runden die wir heute gespielt haben da her war wer grün sind sie irgendwo hat live pink ihr wollt ihr die auch richtig handen nein die handen kann dass wir irgendwo sauber in die zone kommen hat er nicht durch die tür dann verrate ich dann wieso ich habe der weiß doch nicht von wo der hat die tür zu ich habe ihn durch die tür gehittert das wird ja wohl noch erlaubt sein dass ich die durch die tür erschießen erschieße naja alles gut verdammt ich bin runtergefallen dann wollen wir hin ob man hier bis die zone verändert oder ja hm genau noch in der zone da hat jemand erledigt ich 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 Der Power auf den Hit oder laufen viele jetzt über das welt ich sehe drei leute noch nicht ist der tod ich habe es nicht angezeigt bekommen oben sind welche über uns über uns über uns ich bin tot da komm da haben sie beide markiert zwei auf dem dach und zwei auf dem berg hau haben wir dabei könnt ihr mich kaufen doch ihr würdet schaffen philipp du hast du gas maske nehmen die kohle renn rein und wir werden noch mal geschossen oben auf dem berg ist wieder einer noch einer der steht wieder schießt er noch auf euch soll ich probieren ihn von hinten zu töten ich weiß nicht mal wo ich weiß nicht wo er hin ist ich würde gerne ein bisschen weiter den berg ich bräuchte irgendwas aus seiner pistel hier kommt zu mir ich habe eine kilo für dich hinter dir hinter hinter dem stein ist ein sniper dann habe ich ausgelöscht der war alleine ich bin da und ich habe mich habe ich habe ich habe ich habe ich habe eine platte platten ja danke hab aus oben im fenster seiner ganz entspannt die müssen raus die müssen raus ganz zurück jetzt und meiner die andere seite nicht dass wir rechts ab werden gebrochen da oben drin und zwei da oben mit schild drei und das auch noch im stream der erste sieg im stream sehr schön das hat jetzt echt lange gedauert ja 7 5 3 2 0 ich hab wieder null kills aber ich bin nicht gestorben jawoll ja noch das ergebnis angucken kurz ja und dann verabschieden wir uns auch noch was ein comeback ey da hast du recht Daniel obwohl die runde so scheiße zwischendurch war 7 abschlüsse passt 7 5 3 0 ich habe mir an Hendrik meine waffe gegeben damit sind wir jetzt auflanden 8 0 ich habe mir jetzt gesagt wie Vielen Dank. Vielen Dank.